All right, dann beginnen wir jetzt mit unserem JFD-Workshop heute hier am 12. Februar 2019. Saisonales Trading von Aktien, Rohstoffen, Währungen und dergleichen das Thema, überdies natürlich ihr euch hier auch immer über andere Webinarveranstaltungen und Themen informieren könnt. Hier bei JFD Research unter Webinare Events gibt es immer was zu finden und zu lesen neben unseren täglichen Livestreams. Heute aber, wie gesagt, wollen wir in die Welt der Statistik blicken und gebe zu mir mal kurz ein Feedback, ob der ein oder andere vielleicht schon bei einem Vortrag meinerseits war, live hier vornehmlich in den Regionalgruppen der VTAD, Vereinigungstechnische Analysten, reise ich ja mal rum. Da hatte ich zuletzt auch hier Vorträge in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und Co. Wer da vielleicht war oder das kennt, kurz mal Feedback geben. Andererseits natürlich, wie immer auch im Chat, generell das Feedback geben und Fragen stellen oder auch, wenn ihr sozusagen schon mal einen Workshop genossen habt, wo es eben um saisonale statistische Trading ging, dann einfach mal Feedback geben. Also ich hatte diesen Workshop ja auch schon in früheren Jahren natürlich mit anderen Slides und anderen Inhalten gemacht. Nichtsdestotrotz würde ich hier natürlich gern wissen, wer von euch da schon mal abgeholt wurde. Nun denn, da kommen schon die ersten Feedbacks rein. Andreas winkt zu sozusagen, auch nice, ganz genau. Nun denn, also ich will heute ein Stück weit gar nicht so viel auf die Theorie eingehen, als vielmehr euch ein Stück weit Praxis näher bringen. Wie gesagt, ich habe hier einen guten Vortrag, der sich auf bis zu zweieinhalb Stunden ausdehnen lässt, über das Thema rund um Statistik, Trading und Ansätze. Ich möchte hier aber heute einerseits Tools zeigen und andererseits aber auch charttechnisch den einen oder anderen Wert besprechen, der hier von dem einen oder anderen Tool ausgespuckt wird. Und das ist immer das, was ich immer sehr, sehr sinnvoll finde und erachte, wenn nämlich ein statistischer Vorteil da geboten wird und wir diesen Vorteil mit dem Chart in einen technischen Einklang bringen können, dann finde ich das immer sehr, sehr spannend und man hat ja im Prinzip gute Chancen, richtig zu liegen. Obgleich natürlich gerade bei vielen Aktien die Charts teilweise parabolisch daherkommen. Insofern, the sky is the limit, aber lassen wir uns dadurch nicht beeinflussen. Worauf ich euch heute auch noch hinweisen möchte, liebe Leute, viele wissen es leider nicht. Ist auch keine Schande, aber es ging an dem einen oder anderen tatsächlich auch vorbei, dass wir seit letzten Dienstag das offizielle Aktientrading kostenfrei anbieten, liebe Leute. Kostenfrei. Ihr könnt Aktien bei uns ohne Kosten handeln, das ist das Thema. Und insofern schicke ich euch gleich nochmal den Link direkt in den Chat rein. Schaut es euch das einfach mal an. Ihr könnt bei uns tatsächlich richtige Dividendentitel umsonst handeln, ohne Handelsgebühren, wie bei vielen anderen hier 5 Euro pro Ticket und was es da nicht alles gibt, das gibt es bei uns nicht. Ich stelle euch hier den Link einfach mal in den Chat. Schaut euch das mal genauer an. Ist wie gesagt ein Riesenthema, eine Riesenofferte und hier machen wir natürlich den Handel. Sehr, sehr spannend. Und zur Diversifikation natürlich klassisch Forex und CFD Trading bei uns. Alles aus einem Konto heraus. Da muss man ganz klar sagen, hier ist die Riesenofferte am Start. Ja und Peter, berechtigte Frage. Wie verdienen wir? Das ist für uns eine reine Marketingausgabe. Ganz klar legen wir Geld auf den Tisch, um Aktientrader, Aktienhändler zu bekommen. Geschäft wird bei uns ganz klassisch auf anderen Wegen gemacht. Ihr kennt unser intermediäres Modell, Kommissionsmodell auf Forex und CFD Basis. Und wenn wir da eben hier und da eben günstiger werden oder eben sowas kostenfrei anbieten, dann ist das natürlich in Summe eine Mischkalkulation, aber mehr oder weniger auch eine klare Marketingausgabe, wo wir uns einfach natürlich vorstellen, viele und alleine schon in Deutschland gibt es ja Millionen Aktientrader für uns zu gewinnen, um diese dann auch beispielsweise hier über unsere JFD Invest Plattform sozusagen abzuholen und eben hier auch die Möglichkeit zu geben, hier sozusagen ein kleiner Portfolio Manager zu sein. Und hier haben wir auch keine Gebühren, nur eine Performance Fee. Obgleich Gebühren hier vielleicht falsch verstanden werden können. Es gibt natürlich Monatsgebühren, die hier nicht existent sind oder Abo-Gebühren, die hier nicht existent sind. Aber Handelsgebühren gibt es hier schon, weil bei diesen starken Strategien, die man hier mixen kann, ist es natürlich so, dass wir hier unsere klassische Kommission haben und damit verdienen wir dann letztlich auch unser Geld. Letztlich eine richtige Quersubventionierung, wie es hier so schön heißt oder eine Mischkalkulation, so will ich es mal nennen. Am Ende des Tages wollen wir alles aus einer Plattform heraus euch anbieten und genau den Weg gehen wir. Hier. Insofern spannendes Thema und es gibt, wie gesagt, vielerlei Möglichkeiten. Schaut es euch auch mal JFD Invest an. Wie gesagt, auch das ist etwas, was bei uns hier Regenzustrom erfährt. Ich muss wirklich sagen, exorbitant gefragt für alle die, die sich damit beschäftigen. Deswegen auch hier. Ich bin schmerzfrei. Ich lege es auch hier nochmal in den Chat, liebe Leute. Und dann fangen wir auch am besten gleich mit dem richtigen Thema an. Aber ihr müsst euch das einfach mal anschauen, wie man hier diversifizieren kann. Das ist ganz wichtig, elementar für jeden Trader. Aber streut euer Risiko auf verschiedene Assetklassen, auf verschiedene Strategien beispielsweise oder eben beispielsweise dann auch auf verschiedene Setups in Form eben unserer digitalen Vermögensverwaltung. Definitiv ein Riesenthema. So, jetzt will ich gleich die einige Fragen noch beantworten. Aktientrading generell aus dem Metatrader 5 heraus, nur aus dem Metatrader 5 heraus. Hat verschiedene Gründe. Metatrader 5 hat hier kein begrenztes Universum wie der Metatrader 4. Und wir selbst bei JFD haben ja mittlerweile über 1000 Underlying Assets, die ihr handeln könnt. Und bei Metatraders aufgrund des 32-Bit-Systems, Metatrader 4, allein schon dieses auf 1024 begrenzt. Und natürlich ist der Metatrader 5 viel komfortabler als der 4er, auch wenn er ihm optisch sehr, sehr ähnelt. Also beschäftigt euch das ruhig damit und schaut euch das dann ganz klar mal an. Gut, extra Metatrader 5 Konto. Richtig, wer Metatrader 4 Konten hat, der wird echte Aktien nicht handeln können. Dafür braucht man ein Metatrader 5 Konto. Absolut richtig erkannt, Andreas. Auch Peter, die Frage beantwortet das hiermit. Für die Metatrader 5 oder dieser Metatrader 5 wird benötigt, um Aktien, echte Aktien zu handeln. Echte Aktien könnt ihr nur im Metatrader 5 handeln. Ansonsten habt ihr alle Symbole aus dem Metatrader 4 auch in eurem Metatrader 5 drin. Natürlich dann entsprechend mehr, weil es eben die richtigen Aktien noch gibt. Ganz genau. Sollte also klappen. Könnt ihr übrigens über MyJFD ganz, ganz simpel machen. Also wenn ihr über unser Kundenportal reingeht, dann ist es sozusagen möglich. Jetzt kommen wieder viele, viele Fragen rein. Ein Subkonto auszuwählen. Geht per Mausklick. Ganz, ganz simpel, liebe Leute. Ganz, ganz simpel. Hier oben anmelden. Dann seid ihr hier in meinem MyJFD Interface. Und mit euren Nutzerdaten habt ihr hier absolute Verwaltung. Und könnt auch für JFD Invest ein entsprechendes Investkonto eröffnen. Also alles selbst erklären. Ansonsten unser Kundenservice 24.5e für euch da. Insofern kein Thema. Peter, ganz genau. Wenn du schon ein MT5 hast, dann kannst du das aus diesem Konto handeln. Für US-Aktien musst du aufgrund von steuerlichen Hintergründen allerdings noch so eine extra Form sozusagen absegnen. Aber ansonsten ist das genau möglich in dieser Art und Weise. Wie gesagt, ansonsten unser Support jederzeit für euch da. Jetzt lasst uns einsteigen, liebe Leute. Ich freue mich aber, dass ihr so viele Fragen habt und gebt da ruhig immer weiter Gas. Gerne machen wir auch zu dem einen oder anderen nochmal ein Special Event, wenn ihr denn möchtet. Im Rahmen von Aktien, im Rahmen von Plattform-Trading. Das bieten wir ohnehin an. Unser Add-on-Programm. Schaut es auch da hier gerne mal bei den Webinaren und Events rein. Da werdet ihr jederzeit versorgt. Okay, also de facto wollen wir jetzt mal mit dem statistischen Trend-Trading anfangen, liebe Leute. Und das sieht wie folgendermaßen aus. Ich hole euch erstmal ein paar Slides vor, um euch so ein bisschen ins Thema zu führen. Und dann möchte ich euch gerne einerseits meinen Trade-Miner zeigen. Das ist hier praktisch ein Tool, was ich auch für den Forex-Bereich nutze, um sozusagen, hier in dem Fall ist es der Trade-Miner für Stocks, also für Aktien, hier praktisch interessante Setups rauszufinden. Und ab wann man wo einsteigen kann, etc., etc. Und dann zeige ich euch auch noch ein Tool. Das ist sehr, sehr interessant. Und da gibt es auch eine Special Offerte, nämlich hier den Seasonal Bull, den ich hier nutze schon seit langer Zeit. Und hier haben wir hier auch zum Beispiel den Tipp des Tages im Rahmen vom Aktien-Trading. Und ihr habt auch hier zum Beispiel, wenn ihr in den Mitgliederbereich geht und auf Übersicht, hier sogar noch wesentlich mehr Underlyings und Asset-Klassen, wo hier Setups vorgeschlagen werden. Ihr seht das hier. Obgleich wir bei uns, wie gesagt, auch noch nicht weltweit alle Aktien anbieten. Wir haben US-Aktien, wir haben Aktien aus den Niederlanden und aus Deutschland natürlich hier die Tops, über 100 Aktien, aber alles auch Blutchips. Also kommt mir jetzt hier nicht bitte mit irgendwelchen Penny-Stocks oder hochexotischen Werten. Die bieten wir noch nicht an, obgleich unser Universum, das Aktien-Universum und generell die Underlyings und Asset-Klassen weiter wachsen werden. Deswegen ist der Metatrader 5, früher oder später, ohnehin für jeden von euch sicherlich dann das Maß der Dinge. Hier, okay, dann schauen wir mal an, wie das Ganze jetzt hier weiter ausschaut. So, dann widmen wir uns jetzt eben erstmal ein Stück weit der Theorie, in Anführungszeichen der Theorie. Jetzt müsste das Leid bei euch zu sehen sein. Ich hoffe ja. Steigerung der Trading-Gewinne eben darum, dass man hier mit statistischen Back-Tests arbeitet, beziehungsweise das Ganze sind keine Back-Tests, sondern sind ja tatsächliche Auswertungen von Live-Daten, woher der Algorithmus eben sich die Vergangenheit anschaut und eben entsprechende Performances in statistischen Zeitfenstern hervorbringt. Sowohl Forex, Futures, CFDs, Indizes, alles Mögliche. Und das ist eben doch schon sehr, sehr spannend, wie ich finde. Okay, hier zu mir. Ihr werdet mich hoffentlich kennen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich beschäftige mich schon lange mit den Märkten und bin auch schon seit langer Zeit a part of JFD und da bin ich auch sehr glücklich, weil man de facto sagen muss, die Transparenz, die wir hier vorleben und auch das, was wir weitergeben und vermitteln, ist natürlich ein Riesenthema. Und da ist auch das geile Limit. Wir werden hier auch immer wieder im Kundensinne agieren. Letztlich bietet saisonales Trading statistische Vorteile für euch für den Trading-Ansatz. Und ich sagte es eingangs schon, wenn hier ein statistisches Setup zusammenpasst mit dem, ich will es mal so sagen, charttechnischen Hintergrund, dann hat man, wie gesagt, nach meinem Dafürhalten immer ein wenig mehr Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen als ohne. Denn de facto bewegen wir uns einfach in einem Nirvana aus Kursen, Bit and Ask, Angebot, Nachfrage, auch Trump-Tweets oder irgendwelchen geopolitischen Gegebenheiten. Es ist letztlich alles nicht kalkulierbar und wir wissen es nicht. Wir können nur versuchen, nach statistischen Parametern uns zu orientieren. Das fängt auch bei einem Chance-Risiko-Verhältnis zum Beispiel an. Wie ist denn die Statistik, wenn ich das Zweifache von meinem Risiko gewinne? Ja, da haben wir schon mal einen Vorteil. Da brauchen wir nämlich nicht mal 50% der Trades sozusagen richtig liegen, um einen Vorteil zu erwirken. Und 50% eurer Investment-Entscheidung richtig zu liegen, da seid ihr schon relativ gut dabei. Ja, klassische Trendfolge haben hier Trefferquoten, erfolgreiche Trades sozusagen von unter 50%. Ja, und das kann man eben mit Chance-Risiko-Verhältnissen, die man entsprechend anpasst, ja, optimieren. Das heißt, ihr müsst nicht bei jedem Trade richtig liegen, ja, aber ihr könnt das Risiko kontrollieren, indem man sich da eben Gedanken drum macht. Und wenn man aber hier eben auch statistische Vorteile im Rahmen von Wiederkehrungsmuster miteinander verknüpft, ist das eben ein ganz, ganz spannendes Thema. Genau. Roman, Präsentation auf jeden Fall. Alle Live-Kunden von JFD kriegen auch die Präsentation zugeschickt. Ich mache jetzt hier kein Kunden-View oder schaue, ob du jetzt dein Live-Kunde von JFD bist, aber wenn du es bist, schreib unserem Support eine E-Mail, support.jfdbrokers.de. Auch gern Kritik oder Anregungen zum heutigen Webinar, liebe Leute, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und wer von euch hier die Präsie haben will, die kann, wie gesagt, das sind 59 Slides, die gehe ich jetzt hier nicht komplett durch, aber da gehen wir wirklich ein Stück weit in die Tiefe in Sachen saisonaler Muster. Nun denn, lasst mich euch abholen. Agenda können wir kurz überspringen, weil ich, wie gesagt, nie oder jetzt auch nicht die ganze Agenda durchgehen werde. Aber Tendenzen und die Macht werden wir besprechen und auf Setups gehen wir dann direkt auch live ein. Frage an euch, liebe Leute, um hier auch ein Stück weit den Wachheitseffekt hervorzubringen. Wie sieht es denn aus? Was könnt ihr euch denn unter saisonalen Tendenzen vorstellen überhaupt? Also jetzt mal feel free für alle, die den Vortrag noch nicht kennen. Da kommt die Krippewelle, der ist schon mal gar nicht schlecht. Ja, kann man aber auch tatsächlich so eruieren. Ja, da ist übrigens die Geschichte mit dem Valentinstag auch spannend, diese Woche übrigens. Zum Beispiel hier in Südafrika, da werden die Rosen, das ist mittlerweile das zweitbeste Exportgut aus Südafrika, massiv nachgefragt, damit Europa, auch Deutschland natürlich hier speziell zum Valentinstag die schönen Rosen hat. Und das ist ja Wahnsinn. Aber auch das sind natürlich hier Nachfrageeffekte, die es tatsächlich gibt. Aber da geht es schon los hier. Sell and May and Go Away, Peter, jawohl. Roman, Hexensabbat, sehr gut. Krippewelle kam übrigens von Bernd. Die Damen, ich sehe auch, wir haben einige Damen bei uns. Santa Claus Rally, auch nicht schlecht. Wie sieht es da aus? Habt ihr da eine Idee? Weil, wie gesagt, der Blick einer Frau ist ja dann doch manchmal ein anderer als der von einem Mann. Also auch hier aufgerufen, alle Teilnehmer gern mitmachen. Und insofern gehen wir aber schon in die richtige Richtung. Super Bowl, Dow Jones steigt dann. Aha, das ist mir so noch gar nicht bewusst. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt, in der Tat. Aber letztlich, lasst es mich so zusammenfassen. Letztlich ist es immer etwas, was mit einer Art Wiederkehrungsmuster, Wiederholungseffekt zu tun hat. Das können zyklische Verhalten sein. Das können so ein saisonale Verhalten sein, Kalendereffekte oder auch Wochentagseffekte, wie bestimmte Wochentagsstärken. Das heißt natürlich nicht, liebe Leute, dass das alles in Stein gemeißelt ist und dass man hier sagen darf, okay, wenn man jetzt einmal, oder sag mal, wenn man jetzt hier eine gewisse, einmal ist das völlig falsche Wort, wenn man jetzt vielmehr ein wiederkehrendes Muster hat, über 20, 30, 40 Erscheinungen in gewissen Perioden, dann hat man hier eine Wahrscheinlichkeit, dass es wieder zutrifft. Ja, also es gibt eine Tendenz in diese Richtung. Dass das allerdings für immer so bleibt, das ist natürlich nirgendwo festgeschrieben und kann sich auch immer wieder ändern. Also jedes statistische Muster, jeder statistische Vorteil kann auch mal an einem Ende erliegen. Und bei den Tools, die ich nutze, ist es zum Beispiel so, dass hier eine Trefferquote von 75 Prozent Voraussetzung ist. Also im Rahmen der statistischen Auswertung der vergangenheitsbezogenen Jahre ist es ganz, ganz wichtig, dass man sagt, okay, es muss während der XY-Anzahl an Jahren eine Trefferquote von über 75 Prozent erfolgt sein. Also dieser Häufigkeit muss das Muster zugetroffen haben, damit man es überhaupt mit in den Fokus nimmt. Und dann kommen noch andere Parameter dazu, um das sozusagen abzuwägen und rund zu machen. Aber das ist es im Endeffekt. Und da geht es natürlich darum, dass man sich hier ja auch wieder ein Stück weit der Zahlen bedient und hier auch einer gewissen Mindesthäufigkeit. Ihr werdet sehen, bei den Tools, die ich nachher nutze, gibt es teilweise Betrachtungen, die reichen 10 Jahre zurück, manche 20, 30, 40 Jahre. Je mehr Datengrundlage wir haben, desto besser ist es natürlich. In der Klimatologie sagt man auch mindestens 30 Jahre, also komplette Kalenderjahre, Kalendereffekte sollte man durchlebt haben, um hier so eine gewisse Präferenz zu finden. 300 Jahre sind noch besser und 3000 sowieso. Aber in der Zeit hat sich auch mal wieder was geändert. Und genauso ist es übrigens auch beim Trading selbst, liebe Leute. Wenn ihr irgendwelche Trading-Muster oder Setups verfolgt oder auch Indikatoren-Crossovers oder wenn ihr eine Strategie entwickelt, ein gewisses Setup, was ihr da schnitzt, dann gebt nach dem 10. Versuch nicht einfach auf. Das ist statistisch überhaupt nicht relevant. Ihr solltet mindestens 30, eher noch 50, eher noch 100 Wiederholungen nach demselben Muster vollzogen haben, um zu wissen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und selbst dann ist man je länger die Datenreihe, desto besser aufgehoben am Ende des Tages. Aber okay, wie gesagt, ihr wisst, worum es geht. Und nochmal spezieller auf die Wiederholungseffekte eingegangen, will ich euch das mal zeigen, was es hier so grob gesagt gibt. Ernte, Wetterphasen, Hochzeitssaison, Jahresabschluss, Rallye, ihr habt das alles schon gehört und kennt das. Aber grundsätzlich kommt die ganze Thematik aus dem Rohstoff- und Terminmarkt. Ja, also gerade an den Rohstoffmärkten ist saisonales Verhalten, Wetterphasen natürlich hochinteressant. Und der Terminmarkt, also der Vorverkauf von Produkten, die ja noch gar nicht da sind, haben das Ganze natürlich auch so fern genutzt, dass sie natürlich wissen, wann ist El Nino, wann sind Regenphasen, wann sind Trockenphasen, wann gibt es bestimmte Wetterperioden, die das ein oder andere begünstigen. Und da gibt es auch dann tatsächlich eben die Sicherheit, hier am Terminmarkt vorab Geschäfte abzuschließen, wohl wissend, dass das Wetter vielleicht schlechter oder besser wird. Das heißt, hier am Termin- und Rohstoffmarkt ist das schon immer ein Riesenthema, gerade am US-amerikanischen Markt im Future-Bereich oder auch im Optionsmarkt ein Riesenthema. Ja, da hat man eben lange Zeit rein und ob man auf Sojabohnen spekuliert oder Mais, egal. Es gibt zyklische Muster, die gerade da auch sehr, sehr explizit angewandt werden. Aber diese Muster lassen sich eben auch hier auf Aktien anwenden, auf dem Devisenmarkt, Forex oder auch beispielsweise auf den Index. Obgleich der DAX, kurze Frage an alle, die hier online sind und der Raum hat es jetzt gerade nochmal gefüllt in den letzten Minuten, sehr schön. Frage an alle, was hat denn dieses Jahr im Dezember nicht geklappt? Ach, dieses Jahr, letztes Jahr, 2018. Okay, kurz mal den Finger schnitzen und auf die Tastatur hacken. Ja, kommen schon die ersten Meldungen rein, sehr gut. Komm, jetzt mal jeder, so ein bisschen, dass wir dabei sind, damit man mir folgt. Jawohl, jeder liegt richtig. Frank hat als erster geschossen, Respekt an der Stelle. Du hast sozusagen den Buchpreis gewonnen, wenn es denn einen gäbe. Definitiv DAX-Rallye oder auch Jahresendrallye, ganz klar. Das ist ein Riesenthema. Hier ist es so, dass man tatsächlich, man kann das auf Window-Tracing zurückführen. Man kann das auf verschiedene, also Erklärungen gibt es am Ende des Tages immer viele, aber de facto neigen die Indizes zum Jahresausklang zu einer Rallye. Und das fand dies Jahr mal auf voller Front nicht statt. Sowohl in den USA als auch in Europa war das genau nicht der Fall. Aber es gibt den statistischen Vorteil. Und dieses Jahr, 2019, kann es natürlich durchaus auch wieder zutreffend sein. Obgleich, wie gesagt, die Charts alle sehr parabolisch daherkommen. Und vor kurzem erst gewisse neue Verkaufssignale zwar umgekehrt wurden, aber ich glaube, das Jahr 2019 wird in der Volatilität recht weiter spannend bleiben. So, bevor ich jetzt dann nochmal auf das eine oder andere im saisonalen Muster eingehe und euch auch Beispiele direkt zeigen will, sage ich euch mal, wie ich drauf gekommen bin. Und da erstmal eine Huldigung hier an Dimitri Speck. Den gibt es auch heute noch. Die Website ist übrigens ein alter Screenshot. Ich meine, das ist aus 2000, ich habe das 2016 geschossen, den Screenshot. Aber ich bin selbst 2011 auf die Website gestoßen und überhaupt auf saisonale Muster. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Aber da fing ich an, mich damit auseinanderzusetzen und bin dann dazu über die Fuzzi-Fassi-Logik gekommen und eben auch an andere Sachen, wo man eben statistisch Rückschlüsse ziehen kann. Und wie gesagt, den Ursprung hatte ich hier beim Dimitri Speck. Ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, aber ich weiß, dass er auch bei der VTAD rumreist. Aber letztlich hat er die Lanze gebrochen und mich darauf aufmerksam gemacht. Es gibt ja auch den klassischen Effekt, genau, wir hatten es vorhin auch im Chat so stehen, Sell and May and Go Away. Wenn man sich daran hält oder gehalten hätte während der letzten 20 Anlagejahre, hätte man den DAX vielfach outperformt, vielfach outperformt. Einfach nur von Mai bis Oktober Füße stillhalten und dann erst wieder sozusagen in der kühlen Marktphase investieren. So, Peter. Ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Ich hatte auch schon in meinem Guidance-Stream die Anfrage und wir zeichnen nicht jedes Webinar auf, weil es manchmal ist wie die Tageszeitung von vorgestern zu lesen, wobei das natürlich ja eigentlich ein Thema ist, was sich fortwährend wiederholen lässt. Obgleich natürlich hier die saisonalen Petter, die ich gleich zeige, dann natürlich dann nicht funktionieren oder man müsste ein Jahr warten, um es dann wieder anzusetzen. Ist aber kein Thema. Wie gesagt, Dimitri Speck und jetzt klicke ich mich mal relativ zügig durch sozusagen, um, sag ich mal, den Anschluss zu finden an die Live-Geschichten. Übrigens könnt ihr mir da auch gerne einen Titel von euch mal nennen. Vielleicht gibt es ja hier eine saisonale Übereinstimmung bei dem einen oder anderen Wert. Also wer da Interesse von euch hat, ruhig mal in den Chat auch schreiben. Gut, grundsätzlich, ich sprach vorhin schon von der Klimatologie, wie es mit der Temperatur ist. So ist es eben auch an den Märkten. Es gibt Zahlen, es gibt Auswertungen. Und hier hat man zum Beispiel eben hier keine Angst, dass es nicht Grad, sondern es ist Fahrenheit hier. Also in San Francisco hat man jetzt hier nicht 70 Grad, um Gottes Willen. Aber wir sehen hier ein ganz klar zyklisches Verhalten, dass es eben wärmer wird vom Winter über das Frühjahr in den Sommer hinein, Herbst. Und dann kommt der Winter wieder, fallen die Temperaturen. Ist ja bei uns ähnlich, aber je nach Klimazone natürlich auch anders. Und auch das ist nicht in Stein gemeißelt. In 50.000 Jahren sieht es vielleicht nochmal ganz anders aus. Also das ist eben einfach etwas, wo ich aber sagen will, da hat man im Prinzip einen Datensatz, eine Auswertung, die man nutzen kann. Und so weiter und so weiter. Das kann man auf Währungen und eben auch auf Indizes abmünzen, ummünzen. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, lass mich mal hier beim S&P bleiben. Grundsätzlich die Verdammnis an den, ich sage mal an den Börsen, an den Kapitalmärkten, das ist ja tendenziell sozusagen inflationär. Also tendenziell dynamische Preise, die nach Norden steigen, also eine zunehmende Entwicklung haben. Das sehen wir hier auch beim S&P 500 Future, der letztlich hier im Jahresverlauf tendenziell, hier ist übrigens Sell and May and Go Away wieder das Thema. Schaut euch das an, auch der Future. Wenn ihr denn Ende Mai rausgeht statistisch, nehmt ihr hier diese Doststrecke praktisch nicht mit bis Ende Oktober und würdet hier ein Stück weit tiefer einsteigen. Auch keine Verluste werden wir derzeit machen und dann praktisch den nächsten Schub nach oben mitnehmen. Das ist so ein Stück weit die Grundtheorie, eben mit dem Sell and May and Go Away. Und genau das ist eben auch das Thema, dass man sagt, es funktioniert eben auch auf Indizes bezogen, diese Auswertung. Und dazu bezogen möchte ich auch gleich mal auf den S&P 500 nochmal eingehen, denn da gibt es den Siebenjahreszyklus. Spannendes Thema. Wer von euch hat denn schon mal von dem Siebenjahreszyklus gehört, kurz mal in den Chat schreiben. Wenn, auch die, die mir schon bei dem einen oder anderen Webinar gefolgt sind, bitte da mal Feedback geben. Na, 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 findet sich keiner. So, halb so schlimm. Dann ist es ja umso spannender, dass ich euch das jetzt mal vorführe. Denn es gibt hier einen Siebenjahreszyklus, der sich, und das seht ihr beim nächsten Slide dann zurückgerechnet, sogar bis ins Jahr 1920, 1930 zurückrechnen lässt. Also fast über 100 Jahre, das sind wir noch nicht, aber in die Richtung geht es, dass man grundsätzlich eben alle sieben Jahre ein gewisses zyklisches Hoch erreicht beim S&P 500. Und ihr seht hier praktisch den Siebenjahresabstand mit den grünen Linien und den roten. Und viel mit den roten Linien sind praktisch die markanten Hochs während dieser Zeit. Und das ist sehr nah beieinander. Und wenn wir sehen, in den 70ern gab es eine Korrektur, in den 80ern gab es eine Korrektur, in den 90ern, also Ende 80er, in die 90er hinein gab es auch eine kurzfristige Korrektur. Das ist mal wieder die Frage, wie setzt man den Stopp, wie hält man den Trade. Interessant ist, 90er Jahre gab es nicht wirklich eine Korrektur, eine große. Vielmehr gab es da einen obendrauf. Und wir haben hier seit Ende der 80er sozusagen einen schönen Rallye-Schub gesehen. Dann aber wieder spannend, Dotcom Plaza 2000, Blumps, Erholungseffekt. Hier schartechnisch herrlich beim S&P 500, das ist ein Musterschart. Hier den Kopf gestoßen zur Finanzmarktkrise 2008 und dann fing der Zyklus wieder an. Bums, und es ging nach unten. Und jetzt hatten wir praktisch, liebe Leute, zwischen, also da wir hier auf Monats-Jahresbasis unterwegs sind, nagelt ihr mich nicht auf dem Monat fest. Aber im Bereich zwischen 2014 und 2016 hätte der S&P 500 ein nächstes zyklisches Hoch ausbilden sollen. Und man sieht ja hier sehr schön im Sieben-Jahres-Abstand, dass der hier Mitte 2015 tatsächlich so ein Stück weit nach unten gekippt ist. Aber das war keine große Korrektur. Vielmehr wurde der Index wieder aufgefangen und hat hier einen obendrauf gelegt. Und vielleicht, liebe Leute, geht es jetzt so weiter, wie wir hier in den 80er, 90ern gesehen haben, dass es hier nochmal richtig einen obendrauf gibt. Denn der S&P bei 3000 Punkten, das kann passieren. Und trotz dessen, dass viele Charts aktuell parabolisch wirken, ist der Trend euer Freund. Und der Trend zeigt generell bei den Aktien weiter nach oben. Und auch wenn wir das eben hier seit den 70er Jahren sehen, ja, ich meine, da kann man jede Korrektur mitgenommen haben. Ob das jetzt eben hier der Oktober-Crash war, ob das die LTCM-Krise in den 90er war, die Dotcom-Blase, die Finanzmarkt-Krise. Nach gewissen Zeiten der Korrektur haben die Aktienmärkte wieder neue All-Time-Highs erzielt. Und das wird auch in der Zukunft so bleiben. Davon ist fest auszugehen. Aber wenn man eben ein Stück weit affiner ist und ein Stück weit den Markt eben an seinen Key-Points sozusagen erwischen will, dann muss man hier eben den Chart auch auswerten. Und der Chart, auch jetzt für alle, die da auf das Chart hinkt, bashen und da immer nicht so die Fans sind, Preis-Nachfrage-Verhältnisse visualisiert im Chart zeigen hier ganz klar die Massenpsychologie an und das Interesse an gewissen Märkten oder auch Aktien. Und das ist für mich definitiv sehr, sehr interessant, das auszuwerten. Und im Prinzip sind Börsen ein riesen Massenpsychologisches Phänomen. Ja, Angst, Gier, da spielen Emotionen mit. Das ist das ganze Thema. Und das werte ich gerne über Charts auskombiniert. Natürlich durchaus auch mit fundamentalen Rahmen, Daten, die sehr, sehr wichtig sind. De facto aber S&P 500, wie gesagt, hat es hier verpasst, groß zu korrigieren. Und das nächste zyklische Hoch ist, wann? Ich blende es euch ein, im Sommer 2022. Plus, minus sechs Monate. Das kann auch 2023 sein oder 2021. Aber das mal so als Richtwert. Im Sommer 2022 plus, minus sollte das nächste zyklische Hoch erreicht werden können. Wenn er denn nicht jetzt hier den Zyklus sprengt und eben hier doch schon nach unten rausbricht. Also, im Endeffekt kann es durchaus noch gute vier Jahre nach oben gehen. Und dann haben wir die 3.000, 3.500 beim S&P 500 bestimmt erreicht. Und dann haben wir doch mal wieder eine stärkere Korrekturphase vor uns. Obgleich es gegenwärtig natürlich mit Leitzinssteigerungen in den USA, obgleich hier ja schon wieder zurückgerodert wird, eben alles ein Riesenthema bleibt. Weil man natürlich die einzelnen Jahrzehnte auch schlecht miteinander vergleichen kann. Ihr könnt es euch erinnern, in den 70er Jahren hieß es, wir haben kein Öl mehr im Jahr 2000. Und jetzt 2019 haben wir mehr Öl denn je. Also, das sind alles so Sachen, wer kann schon in die Zukunft schauen. Letztlich müssen wir alle ein Stück weit orakelen. Lasst uns aber zum Thema zurückkommen, der Auswertung. Denn diesen Chart hier hat nicht ihr Icht kreiert oder erfunden oder das zyklische Verhalten festgestellt, sondern hier seht ihr den Chart, den auch die UBS, der UBS Technical Research sozusagen entwickelt hat. Und da sind wir genau bei dem Thema, dass hier auch der Siebenjahreszyklus analysiert wurde, im Rahmen dessen, dass es so zyklische Tops gibt. Und das Ganze eben hier nicht, wie bei mir eben zu sehen, bis in die 70er Jahre zurück, sondern hier eben auch bis in die 30er Jahre zurück des letzten Jahrhunderts. Und das ist natürlich schon spannend. Und das ist einfach was, was man auswerten kann. So, und dazu, liebe Leute, haben wir uns jetzt genug am S&P 500 sozusagen aufgehalten, ist das natürlich auch ein Thema, dass man in den Big Pictures natürlich auch in die kleineren Verläufe reingehen kann. In die Tage, in die Stunden, in die Minuten. Das heißt, man kann natürlich heutzutage anhand des Zahlenmaterials alles Mögliche auswerten. Und hier ist zum Beispiel der Intraday-Verlauf vom Euro-US-Dollar während der letzten 10 Jahre dargestellt. Ja, das ist keine Schablone, um Gottes Willen. Aber rein statistisch gesehen ist ein älterer Chart, gar keine Frage. Aber rein statistisch macht es Sinn, während des Londoner Opening, während der European Session, während also der europäische Markt wach wird, den Euro-Air-Long zu spielen gegen den Dollar. Und spannend ist es dann hier, dass rein tendenziell in den Abendstunden, wenn die US-Amerikaner den Handel übernehmen und bei uns Cetra Schluss 1730 ist, sozusagen dann hier der US-Dollar-Raum eine gewisse Stärke erfährt. Und das ist einfach nur so eine Zyklik. Natürlich kann man das nicht wie eine Schablone jetzt auf den Euro-Dollar legen, aber das Wissen darum ist doch einzigartig und durchaus definitiv interessant, wie ich finde. Und de facto etwas, was man sich anschauen kann, wenn man eben auch Intraday-affin ist. Dazu gibt es eben Intraday-Volatilitäts-Verläufe, Tagesstärken und dergleichen. Da schwumpen wir jetzt mal drüber und gehen jetzt zu dem Element, was ich euch heute eigentlich gleich viel mehr zeigen will, ist eben hier das Lobeslied an die Weiterentwicklung der Informationstechnologie. Ich meine, als ich angefangen habe, Ende der 90er, auch die erste Aktien gekauft habe, da bin ich tatsächlich auch noch, da habe ich ein Telefon genommen und bin auch zur Bank gegangen. Heute alles gar nicht mehr vorstellbar. Heute haben wir Highspeed-Internet und wir haben im Prinzip Datenfeeds. Auch das hat früher viel Geld gekostet, wenn man dann Echtzeitkurse hat, haben wollte, hat haben wollen, dann wahnsinnig teuer, wahnsinnig teuer. Also die Technik für private Trader ist mittlerweile wirklich auf einem Niveau, wo man schon sagen kann, als auch als Trader, als privater Trader, kann man hier mittlerweile auch sich ein Universum bauen, auch mit der Handelsplattform Guidance, wo man sich sozusagen seinen eigenen Trading-Desktop zusammenbaut oder mit den Add-ons vom Meta-Trader, kann man sich wirklich auf ein Niveau heben, wo man sagt, okay, da bin ich schon dabei am Markt. Es gibt also Trading-Tools der Extraklasse und auch im Rahmen der Auswertung, auf die saisonalen Effekte bezogen, gibt es natürlich hier Spannendes. Und Taipan oder Trade Signals waren hier die ersten großen Softwarehäuser, Shard-Softwarehäuser, die sozusagen hier saisonale Daten eingebunden haben. Und da vielleicht auch mal, wenn der Thomas Bob dieses Webinar mal sehen sollte, einen schönen Gruß. Ich kenne ihn auch sehr gut und wir sind hier beide so ein bisschen auf der saisonalen Schiene unterwegs. Und auch er hat hier angefangen, eben die Muster auszuwerten oder auch dergleichen mit diesen Shard-Tools da sozusagen seine Anfänge gefunden. Und hier als Beispiel möchte ich euch einfach mal die Amgen zeigen. Der US-amerikanische Biotechnologie-Konzern, der hier sozusagen auch am Shard die Abfolge von gewissen zyklischen Phasen in Erwägung bringt, wo man sagt, es ist ein guter Zeitpunkt, die Aktie zu kaufen. Welcher Zeitpunkt das genau ist, werde ich euch gleich zeigen. Haftungsausschluss kommt dann inklusive. Das heißt natürlich, das sind hier keine Handelsempfehlungen, sondern reine Informationen im Rahmen der statistischen Auswertung. Mehr oder weniger ein Marketing-Gimmick, damit ihr hier einfach mal gezeigt bekommt, um was es geht. Aber ihr seht es hier an den grünen Shard-Verläufen, wann ein guter Zeitpunkt ist, in die Aktie einzusteigen. So, jetzt sehen wir aber auch hier, es gab auch zum Beispiel im Jahr 2011 mal einen Zeitpunkt, der war nicht so rosig. Ja, da ging es gleich mal grob nach unten. Dennoch, in der Masse der Fälle hatte die Aktie eine positive Entwicklung. Und wir sehen hier in Rot die Preise seit 2010 und in Blau sogar die Preisschrechtschicht-Kursentwicklung seit 1985. Also unglaublich. Aber letztlich geht alles, wenn die Unternehmenspolitik stimmt. Also wenn wir jetzt auf die Deutsche Bank blicken oder auch Nokia zum Beispiel, gibt es ja Unternehmen, die hin und wieder falsche Entscheidungen treffen und damit im Prinzip auch den Grundstein der vorhin erwähnten dynamischen Zahlen ins Wanken bringen. Aber rein, deswegen sollte man übrigens auch streuen, diversifizieren, mehrere Aktien haben, JFD Invest als Investment-Alternative nutzen, auch in den Forex-Markt investieren. Das sind alles Sachen, wo man eben sich davor schützen kann. Aber rein technisch gesehen, wenn man es richtig macht, hat man eben hier dynamische Zahlen zugegen. Und die Amgen hat hier ein statistisch sehr, sehr interessantes Muster. Denn solche statistischen Muster kann man jetzt, wie gesagt, hier am Chart auswerten und hier mühsam sich raussuchen. Oder man nutzt eben Tools der Extraklasse. Den Trade Miner werde ich euch zeigen. Und den Seasonal Bull werde ich euch zeigen. Übrigens zum Seasonal Bull gibt es für JFD-Kunden definitiv auch einen richtigen Preisvorteil, wenn ihr das Tool mal nutzen möchtet. Ja, da kann ich euch auch eine Offerte bieten. Allerdings muss man da wieder JFD-Kunde sein. Warum? Weil wir natürlich eine Kooperation haben mit diesen Partnern. Und wenn ihr bei uns handelt, Aktien natürlich jetzt weniger, weil die sind kommissionsfrei. Aber wenn ihr dann sozusagen neben den Aktien auch andere Produkte handelt, dann haben wir eine klassische Handelskommission. Und dadurch nährt es sich. Und den Seasonal Bull, der ist recht teuer, könntest du dann auf die Webseite mal gehen, hat aber auch einen riesen Service, liefert tägliche, wöchentliche Entscheidungen und ist auch nicht nur Intraday-affin. Ja, also mit diesem Tool handelt ihr auch tatsächlich auf Tagesbasis-Ebene und macht mehr Swing-Trades. Das ist also definitiv auch interessant für Leute, die berufstätig sind. Aber das mal am Rande. Da könnt ihr euch auf jeden Fall gerne auch hier wieder an den support.jfdbrokers.de wenden und dann eben in Bezug dieses Webinars auf Kontaktaufnahme oder um Kontaktaufnahme wünschen. Und da werden wir hier was aufstellen. Es gibt, wie gesagt, diese Tools. Die sind sehr, sehr spannend und bringen eben den Vorteil, dass ihr euch nicht manuell durch die Charts quälen müsst, sondern dass das alles ausgewertet wird. Und jetzt ein kleiner Teaser. JfD Invest, ich habe es vorhin schon erwähnt, differenziert, diversifiziert euer Vermögen. Schaut einfach mal bei uns rein und schaut, was man in der digitalen Vermögensverwaltung machen kann, ohne selbst immer abfeuern zu müssen. Was ihr natürlich dann auch hier speziell tun müsst, wenn ihr diese saisonalen Muster handelt. Wobei natürlich auch hier eine Überlegung sein kann, dass wir das Ganze auch ein Stück weit automatisieren mit diesen Mustern. Aber das ist Zukunftsmusik. Lasst uns auf die M-Gen zurückkommen. Diese ist hochgradig bullisch im Juli. Jetzt haben wir den Handelsmonat schon mal. seit mehr als 30 Jahren. Und der Zeitraum zuletzt, konkret als die Analyse erstellt wurde, das schwankt plus minus einen Tag, je nach Wochenende oder auch Kalenderjahr, Schaltjahr und dergleichen. Aber grob von Mitte Juli bis Ende Juli legt die Aktie im Schnitt unglaubliche 6% zu. Das ist spannend, wie ich finde. Also im Schnitt, sage ich mal, bei 15, 16, 17 Kalendertagen macht man hier eine Rendite von 6%. Die beste Performance lag bei 26, außerordentlich. Und der durchschnittliche Verlust, das sind wir bei dem Thema von vorhin, CRV, Chance-Risiko-Verhältnis, liegt bei minus 3. Also plus 6, minus 3. Ein schönes Ratio, ein schönes Verhältnis, dass man sich sozusagen hier zugute führen kann, um statistischen Vorteil zu erheben. Das heißt, wir haben den Monat, also wir haben ja erstmal die Aktie oder die Währung oder den Index. Dann haben wir den Monat, dann haben wir in den Monat spezielle Tage und wir haben auch noch Rahmendaten in Sachen der durchschnittlichen Performance, der Entwicklung. Was will man denn mehr? Es ist wie eine Schablone, die auch wohlbemerkt natürlich einen Vorteil bietet, aber keine Garantie, dass sie richtig liegt. Das heißt, ihr müsst natürlich immer wieder mit Money- und Risk-Management-Parametern arbeiten, Stopp-Kurse setzen, um euch vor einem möglichen Fallout zu bewahren. Fallout insofern, dass eben, ja, also im Worst Case nimmt man sein ganzes Geld, steckt es jetzt hier im Juli in diese Aktie und hofft drauf, dass es einen Gewinn gibt. Hoffen gehört nicht an die Börse, da hat man eh schon mal viel falsch gemacht und dann kann es eben voll nach hinten gehen, wenn man nicht diversifiziert etc. Und dann war es das. Also da immer drauf achten. Aber schauen wir uns doch mal an, was die Amgen zuletzt gemacht hat. Und zwar die Ergebnisse 2015, 2016, 2017 und 2018 zeige ich euch auch noch. Das sind die jüngsten Ergebnisse. Ihr seht es, außerordentlich gut, was in 2015 gelaufen ist, plus 10%, 2016 plus 7, 2017 minus 0,7. Und jetzt ist natürlich die Preisfrage, schaut nicht auf die Charts bitte, liebe Leute, jetzt nicht den Amgen-Chart aufrufen, sondern gebt jetzt mal einen Tipp hier rein, wie die Performance im Jahr 2018, ich will jetzt keinen Prozentwert wissen, ich will nur wissen, Plus oder Minus. Aktive Beihilfe, aktive Betätigung gewünscht, jeder mal reinhauen, schaut es mal rein. Okay, wer die Amgen schon, ich sehe der ein oder andere hat sogar die Amgen schon aufgerufen. Also da noch mal ein bisschen mitwirken. Auch die Damen bitte halten sich sehr zurück, ist aber auch kein Problem, um Gottes Willen, aber hier ruhig mal ein Stück weit mitmachen. Also die Amgen-Aktie, ist die 2018 gestiegen oder gefallen? Ohne auf den Chart zu schauen. Das ist natürlich dann nur der halbe Gag an der Geschichte, wenn man das macht. Also insofern, da mal Tipps abgeben. Nur mal vielleicht so kleine Gedächtnisstütze. Es ist bei statistischen Mustern sehr unwahrscheinlich, dass zweimal ein Verlust nacheinander kommt. Insbesondere, wenn es das drittes Mal passiert, ist das statistische Muster eh ganz schön im Wackeln, weil ich sagte ja auch, dass wir hier eine Trefferquote von 75 Prozent brauchen. Und wenn diese eben nicht erreicht wird, dann haben wir ein Problem. Weil dann fliegt dieses Muster raus. So, ihr könnt es nochmal fleißig tippen. Schön, danke für die aktive Teilnahme. Es geht noch weiter. Und hier haben wir kurz die Chartverläufe. Im Jahr 2015, mit dieser unglaublich starken Rendite von 10 Prozent. Jetzt frage ich euch, an diesem Chart bezogen, hättet ihr diese Aktie am 13. Juli 2015 gekauft? Also neben dem Plus und Minus, was ich jetzt schon zu stehen habe im Chat auch mal hier, wer hätte die Aktie denn, ihr seht ja jetzt, gut, das ist jetzt nicht das letzte halbe Jahr, was ihr hier seht, aber die Aktie kam so ein bisschen in so einer Seitwärts-Abwärts-Range daher. Hätte man diese hier gekauft? Ich muss zugeben, kommen auch schon die ersten Stimmen, ich nicht, weil es per se kein Aufwärtstrend ist. Ich bekomme ein bullisches Muster. Das sieht nicht wirklich gut aus. Also mit Überwindung des letzten Hochs oder dieser Kerzen hier, hätte man kurz, also das ist wieder charttechnische Interpretation, okay, ist wie bei der Kunst, ja, das liegt immer im Auge des Betrachters. Also hätte, hätte Fahrradkette, aber so rein technisch gesehen ist es nicht unbedingt der klare Kauf. Also vom Chart her und das ist das, was ich auch schon sagte, bringt es die Saisonalität mit den Chart im Einklang und wenn das passt, dann finde ich immer, sieht es gut aus, aber die Price Action, der aktuelle Chart ist immer überzugewichten und hier in dem Jahr 2015 wäre es das jetzt nicht unbedingt gewesen. Obgleich die Rendite überdurchschnittlich gut und insofern spannend, obwohl es danach dann auch radikal runterging. Und bevor die Frage kommt, ja, M-Gen meldet Quartalszahlen Ende Juli, Anfang August und das ist genau der Punkt, warum die Aktie auch wahrscheinlich statistisch zur Performance im Vorfeld neigt. 2015 spannend, 2016. Wer hätte denn hier gekauft nach diesem saisonalen Muster? Ihr seht es hier unten, 13.07.2016 jetzt. Performance auch wieder sehr anständig, 1% über den Mittelwert, also 6% ist ja die durchschnittliche Rendite, hier sozusagen jetzt mit 7% und ich muss zugeben, ich bekomme ja auch schon wieder Zwiespältiges, also ja und nein, ich hätte sie durchaus gekauft. Warum? Weil sie das letzte, also per se Schwäche, Local Low, High, neues Tief, neues Local Low, also eigentlich negativ, dann aber starke Aufwärtsbewegung, letzte hoch rausgenommen, ein Stück weit konsolidiert und hier kann man mit einem kleinen Risiko drauf spekulieren, dass diese Unterstützung hält und eben hier das saisonale Muster einkehrt. Also für mich definitiv interessant. Aber man hätte auch ein Pullback kaufen können oder andere, sage ich mal, ja Feinheiten, aber de facto, charttechnisch, definitiv 2016 ein Thema, wo ich sage, Amgen gefällt mir, hätte ich gerne ins Portfolio gelegt. Gut, 2017. Hier wird es spannend. Wie sieht es denn da aus? Haben wir eine kleine Verschiebung von den Zeitreihen, soll aber gar nicht so dramatisch sein. Zwischenzeitlich war die Aktie schon 5% im Plus mit dem Einstieg am 12.7., Ausstieg 27.7. Und wir sehen hier, theoretisch hätte die Aktie hier einen Anstieg oder 5%iger Rendite, da hat sie ja erzielt, über 5%. Wenn man hier mit einem Trailing-Stop arbeitet, das ist wieder eine sehr, sehr individuelle Geschichte, sehr subjektiv, wo man sagt, okay, setze ich jetzt den Stopp oder mache ich einen Trailing-Stop oder mache ich einen Teilverkauf, das ist natürlich sehr, sehr individuell und da muss man auch selbst ins Kalkül gehen, wie man seine Trades hier managt, das ist auch schon wieder eine Disziplin für sich oder ob man eiskalt den Trade laufen lässt und einfach sagt, ich verkaufe am theoretischen Exit und ansonsten gehe ich raus, wenn das Double-Loss gefischt wird, ist er eben da. Ja, das muss man individuell verwalten und auch sich da orientieren. De Faktor hatte man bei der Amgen Gewinn und dann kam es zum Down-Gap und zum starken Rückgang hier in diese Support-Zone und wenn man hier mit dem Close, übrigens das auch, die Aktien kauft man und verkauft man immer kurz vor dem Handelsschluss, also auch die europäischen Werte oder auch die US-Werte kauft man entsprechend 17.25 Cetra oder man kauft es dann eben in den USA 21.55 Uhr New York Stock Exchange, whatever, aber hier sollte man immer auf die Tage bezogen zum Schlusspreis zum Schlusspreis einsteigen und auch da entsprechend aussteigen. Gut, de facto gab es dann hier zum Exit, zum theoretischen Exit die Minus 0,7 verschmerzbar, weil grundsätzlich sah das dann aber erstmal gut aus und jetzt kommen wir zu dem Jahr 2018. Viele hatten hier, was soll ich sagen, ja, ich muss es sagen, auf ein Plus gezählt. Hier übrigens, damit ich mir das auch nicht ausdenke, nochmal der Trade meiner Auswertungsschart, auch hier werden die Entries und die Exits in den Chart gezaubert. Also immer schön zu sehen, also hier seht ihr den aktuellen Verlauf und hier seht ihr den Verlauf in der Software selber, das heißt auch hier habt ihr immer so ein Chart-Bild, wo dann praktisch hier auch statistisch nochmal alles aufgeführt und 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 und. Gibt es viele Muster, hier gibt es übrigens auch die Emgien schon, wo man Mitte Juli kauft, oder was ich gesagt, Mitte haben wir ja, sondern vielmehr Anfang Juli, also gibt es viele, viele Parameter. Gut, das heißt hier, 2017 nochmal abgeschlossen und man sehe und staune, 2018 ist auch ein Verlustjahr und das ist bei saisonalen Pattern eher selten. Deswegen wird dieses Jahr, 2019, wirklich spannend, denn wenn die Emgien dieses Jahr nochmals Minus macht, dann wäre das dreimal Verlust in Folge. Es geht doch gar nicht um den prozentuellen Wert, sondern es geht um die Trefferquote der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass es ein Gewinn wird und wenn das dieses Jahr nicht hinhaut, dann fällt die Emgien raus. Ich fände es sehr schade, weil ich dieses Setup ja seit 2015, 2014 beobachte und wenn ich diese nicht mehr vorstellen könnte, wäre es schade. Also drückt mir die Daumen, liebe Leute, also im Juli kauft die Emgien, damit wir statistisch den Vorteil auf unserer Seite behalten. Um Gottes Willen keine Handelsempfehlung oder Kaufempfehlung, aber das mal gesagt am Rande, es wird dieses Jahr sehr, sehr spannend und die Emgien hat eben hier dieses Muster, was man im Fokus halten sollte und 2018 klappt es nicht. Es gab auch nicht so eine riesen Schwankung und am Ende nur ein Verlust von minus 0,9. Das ist auch nicht dramatisch, aber das saisonale Muster schlug, Schrägstrich setzte sich nicht durch und das ist de facto schade. Was anderes kann man dazu erstmal nicht sagen. Gut, hier auch die Auswertung von 2017 nochmal, hat sich ja nochmal reingeschlichen. Sei es um hier auch nochmal der Risikohinweis, ganz klar. Und insofern habe ich jetzt hier noch eine kleine Aufgabe für euch. Weil wir vom kostenlosen Aktienhandel gesprochen haben und auch die emnischen Handel, die kostenlos handeln, gehen wir jetzt mal zu dem Währungsmarkt, wo wir auch super Konditionen anbieten. Zwar nicht kostenlos, aber sehr günstig, weil ihr zum Interbanken Spread ausführt, also enge An- und Verkaufspreise habt und natürlich eine Commission, die absolut fair sich am Markt bewegt. Wir sehen das Währungspaar Austral-Dollar, Schwarzer Franken und Währungen könnt ihr wie Aktien der Länder sehen. Um es jetzt mal einfacher für die Aktien Verliebten zu machen. Also Austral-Dollar, Schwarzer Franken, das könnte Euro-Dollar sein. Lasst euch da nicht beeinflussen. Das könnte auch Siemens sein. Es geht ja primär um den Preisverlauf. Wir sehen hier eine Abwärtsbewegung, das wird jeder unschwer erkennen und wir sehen hier einen korrektiven Erholungsimpuls. So und jetzt ist die Frage aufwärts, seitwärts, abwärts. Jetzt seid ihr gefragt, liebe Leute, wer von euch würde im Rahmen der Saisonalität das Underlying im speziellen Austral-Dollar, Schweizer Franken hier Long spielen im Rahmen eines Ausbruchs, das ist ja eine schöne Widerstandszone 0,73 oder Short spielen im Rahmen des primären und auch intakten Abwärtstrends, also praktisch prozyklisch wieder auf eine Schwäche zählen und seitwärts habe ich natürlich dazugefügt, weil am Ende, wenn es seitwärts bleibt, hat man nichts gewonnen, nichts verloren, aber de facto ist es ja auch möglich, dass sich dann der Austral-Dollar-Schwarze Franken während dieser Zeit, die wir jetzt gleich mal genauer analysieren, eben nur seitwärts bewegt hat. Also, komm ein bisschen mau, habt ihr da keine Ideen? Wohin könnte die Reise gehen? Das ist übrigens eine Trading-Idee aus Ende 2018. Genau, doch, Ende 2018 war es. War ich in Freiburg damals. So, also wir haben eine gesplittete Meinung, es geht sowohl hoch als auch runter, also da sind wir hier wirklich schön gemittelt. Danke erstmal für die Teilnehmer, das hält sich hier wirklich die Waage, da kann man jetzt hier gar nicht irgendwie, ja eine Präferenz ist, 50-50, okay, wie ein Münzwurf im Endeffekt, aber um den Münzwurf statistisch ein bisschen interessanter zu gestalten, machen wir doch einfach mal ein bisschen mehr draus und holen uns statistische Rahmenparameter, weil, hier gibt es den Austral-Dollar-Schweizer-Franken, eine Short-Ansage im Trade-Miner vom 08.11. bis 31.12. Bums, dazu im Seasonal Bull, das ist das andere Tool, was ich nutze, wo ihr auch hier diesen Preisvorteil genießen könnt, wenn ihr JFD-Kunden seid, wahnsinnig gute Auswertung, die geht sogar noch weiter zurück, auch hier praktisch dann von Ende November bis Mitte Dezember, es gibt ja je nach Datenqualität und Auswertungsalgorithmus Unterschiede, aber de facto blasen beide Seasonal Tools hier in Richtung Short, das heißt, der Preis sollte tendenziell fallen im Dezemberverlauf und hier hat man auch statistisch noch eine schönere Auswertung sogar als beim Trade-Miner. Während der letzten 23 Jahre gab es 5 Verliererjahre, Trefferquote 77%. Das Ganze summiert in allen Trades und das Ganze summiert in einer statistischen Performance-Tabelle. Das zeigt, dass der statistische Vorteil hier durchaus auf der Seite der Trader liegen kann. Es gab, wie gesagt, 5 Verlustjahre. Die waren da. Zweimal hintereinander ist das Höchste der Gefühle. Dreimal erinnert euch an die Amgen, sollte es nicht passieren. Und wenn man einen Verlustjahr hatte, ist die statistische Wahrscheinlichkeit hoch, dass es im nächsten Jahr, wenn die Statistik zutrifft, eigentlich nicht dazu kommt. Insofern ist Amgen dieses Jahr wirklich ganz, ganz heiß, weil zweimal Verlust hintereinander, also entweder fliegt das Ding aus der Statistik raus oder es bestätigt den Trend, also Spannung. De facto aber hier zum Chart zurück. Das sind hier praktisch die saisonalen Muster, einmal vom Trade Miner und einmal vom Seasonal Bull in die Chance-Risiko-Verhältnisse gegossen. Und da wird es spannend, denn der Markt geht nach unten an diesem Widerstand. Hervorragendes Level. Das ist der Live-Chart. Schaut euch das an. Also hier praktisch im Vorfeld der Chart und in dem Zusammenhang Glückwunsch an alle, die hier auf der Short-Schiene unterwegs waren und das im Nachgang. Es ging sogar doppelt so tief wie statistisch erwartet. Aber de facto Volltreffer im Rahmen der Saisonalität. Die Statistik hat sich wieder bewährt und was aber auch spannend ist, wenn wir uns den Chartverlauf mal hier anschauen, im Rahmen dieses Tools hatten wir hier einen Stopp von 82, 83 Pips statistisch gesehen bei einem möglichen Gewinn von 190. Ja, schönes CRV wieder, gar keine Frage. Aber der Preis hat es hier ein Stück weit nach oben gespuckt und ganz knapp dieses Stop-Level gefillt. Und da ist es wichtig, liebe Leute, dass ihr mit dem richtigen Broker handelt, der euch Core-Spreads, enge An- und Verkaufspreise bietet, weil genau solche Dinger können dann am Ende des Tages Geld kosten. Wenn ihr einen Broker habt, der hier zu große Spreads macht, der euch einfach keine fairen Preise liefert, dann werdet ihr an diesem Punkt abgefischt, ausgestoppt, bevor dann der Trend tatsächlich nach unten geht. In dem Fall eben aufgrund der statistischen Annahme nach unten geht und dann wäre man rausgeflogen und hätte nur noch zugeschaut. Dramatisch, weil ihr müsst einem Trade oder auch einem Investment Spielraum zum Atmen geben. Es geht ja nicht nur in eine Richtung. Das heißt, natürlich hat so ein Trade auch eine Schwankung und so ein Trade auch statistisch gesehen kann sich entwickeln während der Zeit. Deswegen gibt es ja einen Start- und Endzeitpunkt. Das könntest du ja heute kaufen und morgen verkaufen, weil in dem einen Tag muss es steigen. Nein, es braucht eine gewisse Zeit und eine Entwicklung. Genau das haben wir im Prinzip hier am Chart sehr, sehr schön veranschaulicht und eben visualisiert und da ist es eben auch wichtig, dass man hier schaut, dass man da am oberen Ende im Rahmen des Stops niemals abgefischt wird. Sehr, sehr spannend. So, aktuelle Setups. Da gehe ich gleich mal zum Live-Shart über. Ich möchte euch, und da gibt es bestimmt viele hier auch, den Gold-Shart mal präsentieren, den wir sozusagen oder den ich damals im Dezember auch gezeigt hatte bei der Veranstaltung. Kommt jetzt der Gold-Shart? Ja, genau. Trading-Idee für Januar 2019 Gold. Spannende Geschichte. Auch hier wieder der Seasonal Bull. Auch hier mit dem Währungssymbol XAUUS-Dollar. XAU ist praktisch das Währungspaar Gold bei uns am Interbankenmarkt, wenn er mit JFT Brokers handelt. Und auch hier statistisch wieder die Vorteilsgeschichte. Entsprechende Trefferquoten, entsprechende Auswertungszahlen, entsprechender Performance-Shart. Schön zu sehen, dass das Setup selber schon statistische Relevanz annahm. zum Millennium herum und dann aber so richtig an Fahrt gewann während der letzten Jahre, insbesondere eben ab 2004, wo dann auch die Gold-Rallye ja so richtig anfing. Na klar hat das dann natürlich die statistische Wahrscheinlichkeit erhöht, während man in den 70er, 80er Jahren beim Goldpreis doch durchaus schwitzen musste. Das ist natürlich das, was ich meine, dass das sich jetzt während der letzten oder zu den nächsten 100 Jahren jetzt genauso fortsetzt. Das muss man natürlich nicht erwarten, weil es gibt zyklische, geopolitische, globale Veränderungen und da kann sich eben auch ein statistisches Muster ändern. Aber de facto Goldpreis. Spannendes Thema, weil hier wurde eben orakelt, dass der nach oben ziehen kann. Hier auch das statistische Zeitfenster, was hier ermittelt wurde. Die damalige Preisentwicklung und dann war hier praktisch das aktuelle Geschehen zu dem Setup Gold im Januar. So, jetzt ist natürlich die Frage, übrigens das war Januar, genau das war mein Vortrag in Frankfurt und Düsseldorf. Hier gibt es auch so eine Art symmetrisches Dreieck. Der Goldpreis faked übrigens hier dann ein Stück weit nach unten und schoss und ihr werdet das wissen, dann doch schon in Richtung 1320 hoch während der letzten Handelstage. Also insofern war es ein bullischer Einklang, ein letztlich bullischer Verlauf, der ein bisschen zäh begann. Aber wenn man sich da auch nicht sicher ist, kann man im Prinzip eine Pending Order, also eine wartende Order auf Long im Rahmen der Saisonalität setzen und auf Short im Rahmen einer technischen Konsolidierung. Ich selbst hatte auch hier einen Short Trade laufen mit der Idee, dass der Goldpreis, falls er hier ein neues mehr Tages-, mehr Wochen tief macht, nach unten kippen sollte. Er hat das kurz gemacht und dann ist er aber trotzdem nach oben ausgebrochen. Das kann passieren, aber kalkuliertes Risiko bricht einem nicht das Genick, gehört zum Trading dazu, ganz normal. Aber statistisch, wie gesagt, hat sich der Goldpreis nach oben empor. gearbeitet. So, und jetzt gibt es noch eine Trading Idee für Januar. Die will ich jetzt einfach mal zur Seite legen und möchte euch jetzt mal hier den Live-Shard näher bringen. Also hier nochmal der Seasonal Bull mit massenhaft Setups, die es denn da so gibt. Wie gesagt, zum Seasonal Bull kann ich euch einen Vorteilspreis anbieten. Beim Trade Miner, das ist ein US-amerikanisches Produkt, leider nicht. Hier ist mein Desktop, wo ich jeden Tag das Devisenradar darstelle oder eben auch gewisse Inputs gebe zum kostenlosen Aktienhandel oder eben auch zum Workshop heute. Hier kann man auch schön interagieren, auch mit mir in Kontakt treten. Übrigens, alles kein Thema, fühlt es euch da frei. Ist wie gesagt, Guidance als interaktive Plattform definitiv auch zu empfehlen, zumal man eben hier auch chatten kann und insbesondere das Shard-Sharing. Also ich kann einen Shard nehmen und in einen Kommentar reinsetzen, dann können es andere bearbeiten und wie gesagt, das ist mein Desktop. Den betreue ich jetzt nicht intraday im Minutentakt. Das ist ja kein Premium-Service oder dergleichen, aber Fragen, Antworten könnt ihr hier immer stellen und man kann eben auch Shards tauschen. Der Bernd ist zum Beispiel ein Mitstreiter, der hier immer sehr, sehr aktiv ist, hat sich auch hier heute schon wieder zu Wort gemeldet, bis gleich im Webby und er ist ja auch tatsächlich da und WTI, wie gesagt, bist du wahrscheinlich noch short dabei. Ich bin US-Dollar, Kanadestollar auch noch long dabei und ja, morgen kommen wieder die rohen Lagerbestände. Da wird es 16,30 sicherlich wieder spannend werden und den Preis in die eine oder andere Richtung kegeln. Warten wir erst mal ab. So, aber wir wollen ja jetzt mal schauen, was so auf der Live-Basis los ist und dann gehen wir mal hier auf den Season-Embol, den ich euch da jetzt einfach mal zeigen. Neue Signale, was haben wir da? Kurz warten, bis es hochlädt. So, guck mal, beim C3 kriegen wir die Basler empfohlen. Wobei, neueste Signal, 25.1. ist ein Schmarrn. Gucken wir mal, was die Basler hier konkret aufweist. Gehen wir mal rein in die Aktie beziehungsweise in die Portfolio-Beschau. So, jetzt müssen wir mal schauen, da ist die Statistik schon rausgefallen. Was haben wir heute? Den 12.02. Jawohl. Gehen wir mal auf den 12.02. und schauen mal, da ist die Basler, deswegen ist sie drin. Da haben wir sie. Diese Aktie hat während der letzten 16, also 16 Handelstage, da holen wir uns die Basler mal nach oben vom Symbol, 16 Handelsjahre, hier ist sie, da gab es gestern schon ein Signal, ist ja auch interessant, schaut euch das mal an, 11.12. und da gibt es danach direkt eine Short-Empfehlung für 14 Handelstage. Die Basler also definitiv interessant, die schauen wir uns jetzt dann gleich mal an. Hier aber die statistische Auswertung, das wäre in der letzten 16 Handelsjahre für Bullisch 8 Tage, Schrägstrich bärisch im Anschluss direkt 14 Tage. Die Basler AG hier eben im Schnitt mit dieser Performance daherkam, auch ein Chance-Risiko-Verhältnis aufweist. Man kann hier im Detail zum Beispiel beim 12.02. auch die Key Facts wieder aufrufen. Da ist natürlich auch wieder das Thema, man hat jetzt hier Aktien, die reichen nicht wie die M schon in den USA über 30, 40 Jahre Kurshistorie zurück. Am deutschen Aktienmarkt wird es da sehr, sehr dünn, wenn wir dann in die 90er zurückgehen. Mann ist Mann und dergleichen gibt es ja gar nicht mehr. Oder also viele, viele andere Aktien, Fusionen etc. Aber es gibt einige Xetra-Aktien, DAX-Aktien, die auch schon lange Historien haben. Aber de facto die Basler AG, wie gesagt eine Aktie, die dann eben doch schon ein Stück weit nicht so eine lange Kurshistorie aufweist. Und das ist natürlich einerseits schade, aber wir haben immerhin trotzdem den statistischen Vorteil. Und deswegen wollen wir uns doch einfach mal angucken, wie die Basler sich sozusagen hier schlägt. Das können wir uns dann auch gerne bei einem Chartverlauf jetzt mal anschauen, weil natürlich die Basler Aktie ein bullisches Setup verspricht mit dem heutigen Close für die kommenden acht Handelstage. So, dann gehen wir mal hier zu Guidance rein. Ihr könnt übrigens mit dem Broker-Login auch bei Guidance handeln aus dem Chart heraus mit eurem verknüpften Account bei JFD Brokers. Also der Meta3er5 ist hier verknüpft mit Guidance und dann könnt ihr sozusagen hier ganz fantastisch aus dem Chart heraus handeln und das ist ja hervorragend, wie ich finde. Basler AG legt heute erstmal schön zu. Schon mal spannend. So, schaut euch das mal an. So, da haben wir da. Müssen wir jetzt noch mal ein bisschen schauen. Alle Werkzeuge ausblenden haben wir. Genau, damit der Chart schön clean ist. So, hier sehen wir die Kursentwicklung über die letzten Jahre. Hier könnt ihr dann auch, übrigens Klick, nochmal muss ich das direkt nochmal machen, Handelsplatz, Xetra aktuell, ganz klar. Aber wer denn hier zum Beispiel dann eben mit einer anderen Plattform ausführen will, der tut das und findet die auch und in dem Zusammenhang hier der Chartverlauf. Jetzt kommt das bullische Setup. Sieht der Chart bullisch aus? Fragezeichen. Gefällt mir nicht wirklich. Wir haben hier so einen Rounding Top hier oben. Wir haben hier eine gewisse Widerstandslinie, die auch hier schon touchiert wurde im Februar, Anfang Februar. Und wir sind in einem intakten Abwärtstrend. Das heißt, dieses vorgeschlagene Setup gefällt mir nicht, muss ich ganz klar sagen. Gehen wir doch lieber mal auf eine andere Aktie. Die wollen sie jetzt hier einfach mal wieder aussuchen. Basel ist jetzt auch hier nicht der Top-Wert. Gucken wir mal beim DAX-Cetra, was wir da haben. Da ist doch schon ein bisschen spannender haben wir die großen Titel. Au, da ist die Wirecard. Ein riesen Thema. Gestern Long. Die können wir uns aber gerne mal anschauen, die Wirecard. Chart-Technisch natürlich ein Desaster, was da ablief. Beziehungsweise Performance-Technisch. Aber siehe da, die Wirecard wird heute auch schon wieder Minus. Hier Long empfohlen. Da ist natürlich die Frage, die Gretchen-Frage. Moment. Moment. So, und wir gehen mal hier rein. Die Gretchen-Frage jetzt, ob man jetzt Longen sollte. Schauen wir uns den Chart an. Auch hier so ein Rounding-Top. Auch hier ein starker Abverkauf. Was ich aber hier spannend finde, ist diese Support-Linie, die wir jetzt, sag ich mal, in den Chart bringen. Also, es ist sehr, sehr spekulativ, aber man darf schon durchaus sagen, wir haben hier einen Bereich, eine Preis-Action-Zone, wo zumindest die Käufer knapp unter 100 Euro zugeschlagen haben. Datenquelle. Ah ja. Danke für den Hinweis. Handelsplatz Lang und Schwarz natürlich Käse. Wie schon gesagt, hier könnt ihr euch Xetra zum Beispiel aussuchen als Börsenplatz. De facto. Oder neben einem Nebenwert, den wir jetzt wie eben nicht hatten, JFD Brokers Wirecard hier handelbar. Aus dem Chart heraus. Mit einem Broker-Login kann es direkt losgehen. Also spannende Geschichte. Aber hier auch dieselbe Situation. Der Chart ist ja jetzt da nicht verändert. Es sei denn, man hat es hier mit irgendwelchen Fantasiekursen zu tun. Wir haben hier diese Unterstützungszone. Spannend. Und jetzt sagt uns das Setup hier, dass die Wirecard während der nächsten vier Tage kurzfristig, fünf Tage, Entschuldigung, seit gestern, wo wir bemerkten, während der letzten 15 Jahre mit einer Trefferquote von 80 Prozent hier daherkamen. Schauen wir uns auch hier mal die Starts an. Es ist eben keine lange Historie wie bei der Emschen. Aber man hat zumindest mal einen statistischen Vorteil und man hat hier Treffer erzielt. Und das ist das Spannende. Also Wirecard. Was haben wir hier für eine Rendite? Chance-Risiko-Verhältnis 4,1. Ausblick 3,31 Prozent. Wie gesagt, wir reden hier auch nicht über Mega-Rendite-Kennzahlen, aber die Wirecard einfach mal im Auge behalten. Sieht zumindest jetzt mal nicht unspannend aus. Mit der heutigen Schwäche, gestern war die Kaufempfehlung zum Close, wären wir jetzt bei Plus-Minus-Null und ungefähr 3 Prozent Rendite, 3,3 Prozent genau ist hier das theoretische Ziel. Den Daily Close haben wir heute noch nicht. Hoppala, guck, das wäre hier im Prinzip das kurzfristige Ziel. Also zumindest dürfte die Aktie hier tendenziell eine Erholung starten. Ist wie gesagt jetzt hier kein Setup, was von 5 bis 25 Tagen reicht. Hier müsst ihr, wir wissen, wir haben hier im Prinzip immer wieder längere Zeitebenen auch handelbar, wo dann natürlich auch größere Renditen erzielbar sind bei diesem Seasonal Tool. Hier ist es ja jetzt praktisch so, dass die Wirecard auf Sicht von 5 Handelstagen gerade mal analysiert wurde mit einem Ausblick von 3,31 Prozent auf 10 Handelstage theoretisch wären 6 Prozent. Bei der Amgen haben wir auch im Schnitt ja die 6 Prozent. Darum geht es im Prinzip hier bei den Aktien. Und jetzt klingelt es in meinem Ohr, wir haben tatsächlich schon die gute Webinar-Stunde sozusagen überwunden, in Anführungszeichen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben an der Stelle. Ich biete euch nur an, wie gesagt, hier bei uns bei JFD Teil der Company zu werden im Rahmen des Tradings. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über positives Feedback bin ich jederzeit dankbar. Ich würde jetzt an der Stelle erst mal das Webinar beenden. Wenn ihr da noch mal ein Anschlusswebinar wünscht, schreibt unseren Support, support.jfdbrokers.de, wenn ihr Interesse habt am Abo, schreibt am Abo der Tools Seasonable, schreibt unserem Support. Und ich sage jetzt erst mal vielen, vielen Dank für eure aktive Teilnahme. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch ein Stück weit hier abholen konnte. Am Ende des Tages bleibt es immer Spekulation, wohin die Kurse gehen. Aber mit dem statistischen Vorteil, denke ich, kann man durchaus etwas erwirken. In dem Zusammenhang, liebe Leute, Horido, viel Erfolg bei allem, was ihr angeht. Und wenn ihr mögt, morgen Nachmittag gibt es das JFD-Devisen-Radar. Da geht es dann nur um Währungen, aber auch mit einem statistischen Background. Und insofern schauen wir mal, was da abgeht. Beste Grüße, euer Chris Kemmerer. Ich sage erst mal Tschüss, auf bald und beste Grüße. Was ist das eine Bis zum nächsten Mal, we're going to be